Sicherheit und Instandhaltung. Eine wunderbare Hassliebe. Sie rauben uns regelmäßig die Ressourcen, retten aber auch Leben und verhindern Produktionsausfälle. Jedes Unternehmen hat sicherheitsrelevante Objekte, wie zum Beispiel Kettengehänge, Feuerlöscher oder Leitern, die regelmäßig überprüft werden müssen. Dafür wird Ihnen als Spezialist nahezu blind vertraut. Fakt ist, wenn der erhobene Zeigefinger von oben kommt und wissen will, ob alle Vorschriften eingehalten wurden, müssen Unternehmen eine makellose Dokumentation vorlegen können. Wann fand die letzte Prüfung statt? Was wurde repariert? Welche Einschränkungen sind zu beachten? Und vieles mehr. All diese Fragen wollen beantwortet werden. Aber, puh, wo sind denn jetzt die notwendigen Unterlagen? Damit ist jetzt Schluss. Dank P-TECH-Solution statten Sie einfach alle Objekte mit einem P-TECH aus, damit diese eine eindeutige ID erhalten. Über die App P-TECH Mobile sind dann jederzeit alle relevanten Daten, wie zum Beispiel Prüfungsergebnisse für Objekte, abrufbar. Doch nicht nur das. Mit der App führen Sie über Prüfungen rasch und unkompliziert anhand vorher definierter Prüfschritte durch. Nach Abschluss der Prüfung wird das Prüfzeugnis automatisch generiert, versendet und abgespeichert. Das funktioniert auch für die Arbeitszeitbestätigung. So haben Sie alle Informationen immer perfekt aufbereitet und uneingeschränkt zur Hand. Auch am Desktop. So sparen Sie jede Menge Zeit, Geld und Nerven. P-TECH-Solution – die smarte Lösung für sichere Instandhaltung. P-TECH-Solution – die smarte Lösung für sichere Instandhaltung.